Marajidasana, wörtlich die Stellung, mit welcher das Verlangen überwunden werden kann, ist eine Vorübung für Purna Matsyendrasana. Ausgangsposition Langsitz. Dann beuge das linke Knie und gib den linken Fuß auf die Hüftbeuge. Dann beuge das rechte Knie und gib dann den rechten Fuß links neben das linke Knie. Dann gib die Handflächen zusammen und bleibe aufgerichtet. Diese Stellung soll insbesondere die Sexualenergie sublimieren und dazu beitragen, dass die sexuelle Energie in Ojas umgewandelt werden kann.